Jeder Digital-Decoder, sei es in einer Lok oder als Funktions-Decoder zum Beispiel in einem Steuerwagen, hat im DCC-System eine Adresse. Denn Decoder reagieren nur auf Befehle, die an ihre Adresse gesendet werden. Was aber tun, wenn man die Adresse nicht kennt? Darum geht es in dieser Folge 1x1 der modernen Modellbahnerei. Fabrikneue Decoder haben in der Regel heute die 3 als Adresse eingestellt. Das gilt auch für bereits werkseitig mit Decodern ausgerüstete Modelle. Allerdings mit Ausnahmen. So haben die Modelle von B-Models gern mal andere Adressen, gern in Abhängigkeit der Baureihe, die man sich aus der Anleitung heraussuchen muss. Die SNCB-Baureihe 55 hat beispielsweise die 55, bei der CFL ist die baugleiche Lok aber als Baureihe 1800 eingestellt und der Decoder hat daher die 18 als Werksadresse. Was aber tun, wenn man keine Anleitung mehr hat? Oder das Modellgebrauch gekauft wurde und der Vorbesitzer die Adresse geändert hat? Dann kann man die Adresse durch Auslesen der passenden CVs ermitteln. Alter, setz den Decoder doch einfach über CV8 wieder auf die Werkseinstellung zurück, dann hat er wieder die 3. Hm, ja, vielleicht. Denn, wie bereits gesagt, Logs von B-Models kommen gern mal direkt aus dem Berg mit abweichender Adresse. Für andere Hersteller trifft das möglicherweise auch zu. Ein Reset des Decoders stellt diesen entsprechend auf die Werkseinstellung. Für diese jetzt in Schweden fahrende CFL 18 wäre das die 18, nicht die 3. Außerdem kann man beispielsweise mit dem ESO-Log-Programmer auf ESO-Decoder quasi neue Werkseinstellungen schreiben. Ein Reset stellt den Decoder dann auf diese zurück, nicht auf die, die ein baugleicher Decoder frisch aus der Verpackung hat. Und zu guter Letzt will man einen Decoder vielleicht auch gar nicht zurücksetzen, weil dann auch alle anderen individuellen Einstellungen verloren gehen. Es gibt also durchaus gute Gründe, das über den vermeintlich umständlichen Weg zu lösen. Wer sich vorhin über die Mehrzahl bei CVs gewundert hat, historisch bedingt gibt es mehr als eine Stelle, an der die Adresse hinterlegt ist, auf der der Decoder hört. So gibt es beispielsweise CV1 für die kurze Adresse und CV17 und 18 für den erweiterten Adressbereich, landläufig als lange Adresse bezeichnet. Welche von beiden Anwendungen findet, regelt wiederum Bit5 in CV29. Deshalb schauen wir uns den kurz an. Am Beispiel der Logmaus funktioniert das so. Wir wechseln über Shift-Menü in den Menü-Modus. Wählen Programmieren. CV ändern. Geben die 29 ein und warten darauf, was die Logmaus ausliest. Man kann sich jetzt aus dem angezeigten Dezimalwert natürlich manuell ausrechnen, welche Bits gesetzt sind. Man kann dazu aber auch zum Beispiel zum Rechner von 1001 digital greifen. Man gibt einfach die Dezimalzahl ein und erhält das Ergebnis. Bit5 ist der, der uns interessiert. Ist der 0, hört die Log auf die kurze Adresse in CV1. Ist der 1, kommt die Kombination aus CV17 und 18 zum Zug. Ist die lange Adresse aktiviert, kann man den ausgelesenen Wert um 32 reduzieren und zurückschreiben. Die Log reagiert jetzt wieder auf den Wert in CV1. CV1 ist nämlich auch sehr simpel auszulesen. Der angezeigte Wert ist gleichzeitig auch die Adresse. Bei einer langen Adresse ist das komplizierter. Da jeder CV 8 Bit lang ist und daher nur Werte von 0 bis 255 annehmen kann, konnte ich nicht einfach 1033 hier reinschreiben, um dieser No-Hub eine lange Adresse zu geben, die zu ihrer Lognummer passt. Das ist intern über ein sogenanntes High-Byte in CV17 und ein Low-Byte in CV18 gelöst. Was vermutlich technisch notwendig ist, aber aus Anwendersicht wäre natürlich eine 10 in CV17 und eine 33 in CV18 deutlich intuitiver. Hier ist übrigens das 1x1 der modernen Modellbahnerei und nicht angewandte Mathematik für Modellbahner. Also bitte. So aber müssen wir uns die Adresse ausrechnen. In CV17 steht 196, in CV18 steht 9. Vom Wert aus CV17 subtrahieren wir 192, da Bit7 und 8 beim High-Byte immer gesetzt sind und jetzt wieder subtrahiert werden müssen. Das Ergebnis, in diesem Fall 4, multiplizieren wir mit 256 und erhalten 1024. Zu diesem Wert addieren wir das Ergebnis aus CV18 und bekommen die lange Log-Adresse 1033. Wer jetzt vor lauter Formeln die Augen verdreht, auch dafür gibt es Online-Rechner. Der von 1001 digital kann zum Beispiel in beide Richtungen rechnen, also zum einen die CV1718-Werte für eine lange Adresse ausgeben, als auch aus den Angaben in diesen beiden CVs die resultierende lange Adresse berechnen. Zu guter Letzt könnte auch noch eine sogenannte Consist-Adresse in CV19 eingetragen sein, die für eine Mehrfachtraktion Verwendung findet. Wenn sich also weder mit der kurzen noch mit der langen Adresse die Log in Bewegung setzt, hilft ein Blick in diesen CV. Findet man einen Wert größer 127 vor, muss man von diesem noch 128 subtrahieren, um auf die eigentliche Adresse zu kommen. Das B7 in CV19 regelt nämlich die Fahrtrichtung der Log. Ein Wert von 0 schaltet die Consist-Adresse ab. Die Log fährt dann wieder mit ihrer kurzen oder langen Adresse, je nachdem, was CV29 regelt. 4-4-4-85-K слож.